wieder links hinten und leckwell hinten rechts welche Richtung gehen wir? 2.20 ok, fertig ok, hier ist nix, nächste Position, Moment es geht weiter alle stopp Westenstraße Patrouille ungefähr 200m auf 260 bestätigt, zwei schon gesehen ja, die kommen lange, die laufen jetzt, aufpassen, aufpassen gesehen haben sie es noch nicht in der selben Richtung weiter hinten, also knapp 100m weiter ist ein bewaffnetes Fahrzeug wir können aufstehen Am besten, dass sie noch ein bisschen ins freie Feld kommen, ne? Ja, ich hoffe, dass sie wirklich schon auf freiem Feld sind, falls das geht. Bis jetzt sehe ich sie nämlich hier vor den Bäumen noch. Wie ist das Fahrzeug für euch? Fahrzeug auf Osten. Kann ich nicht aufnehmen. Fahrzeug auf Osten ungefähr. Verstanden. Fahrzeug ist auf dem freien Feld, habe ich das Zeitpunkt nicht gesehen. Ich würde eigentlich gerne warten, wenn ich das Fahrzeug kriegen könnte. Fahrzeug kommt. Fahrzeug, Priorität, Feuer frei. Hört ihr irgendwie ein weiteres Fahrzeug? Rechts von euch auf, bei links von euch. Links von euch. Nachladen. Weitere Kontakte, oder ist alles unten? Ich kann nichts mehr sehen. Okay, sammeln und weiter geht's. Wir sind jetzt hier. Host Nur Das war's für heute. Denkt da genau nach rechts in den Wald, ab und zu zu schauen. Kontakt! Direkt Norden im Wald, ca. 150m Direkt Norden? Patrouille im Wald, ja. Bisschen weiter links, nördlich. Bestätigt! Bestätigt! Was hast du gesagt? Die holen wir oder nicht? Nee, die holen wir noch nicht hier drinnen. Nichts ist mir zu, risikoreich. Ja, verstanden. Ja, verstanden. Bände müssen aus dem Wald raus. Bände müssen sehen, ich bin kein. Auf 300, Entfernung 200m, komm jetzt langsam zum Waldrennen, der Erste. Direkt vor dir. Auf 300m, wir gehen denen nach und hoffen, wir tun uns frei auf den Wald rein. Oh, das sind aber sehr viele. Schätzungsweise 10 Mann. 1. 2. 2. 2. 2. Wir haben in einer Reihe Einschuss an der OVB, Frau Wirtschaft, aber wir sind halt in einer Reihe, sehe ich die zum Runden vor uns, genau Norden zu Westen. Dafür ist die Nahen zu Westen und Waldreise, 50 Meter vor uns, negativ Patrouille und unsere Objekte scheint dann zu sein, wo wir suchen. Die Typen beim Zelt sind ja auch, ne? Wo denn? Zelt, drei runter, zwei Typen sitzen da. Jo, sauber. Am Waldrand um genau zu sein, Patrouille ist jetzt links und geht uns links auf 260 am Waldrand. Die beiden Zelten sind aufgestanden. Okay, Zelte im Blick halten, ich halte hier links die Patrouille im Blick. Oh, da vorne steht einer, huiuiuiui, der ist ganz schön nah. Wie nah denn? Patrouille auf die Straße 220, im Fernsehen ist langsam von uns. Die beiden Zelten könnten wir jetzt ganz gut kriegen. Das bringt nichts, da müssen wir gleichmäßige Ziele haben, also müssen alle gleichmäßig... Da müssen wir eine präzise Zielzuweisung kriegen, sonst kannst du das vergessen. Ich brauche nochmal ein oder zwei Schützen bei meiner Position, zwei Schützen, die die Jungs da am Lagerfeuer begutachten. Drücke vor. Drücke vor. Zwei Schützen, also Richtung... Drücke vor. ...210. Patrouille dreht jetzt um, läuft wieder zurück an der Straße entlang. Der eine am Lagerfeuer patrouilliert wieder, das hat auch gestanden. Lisi, hast du Schussfeld auf die Patrouille? Hier vorne auf der Straße? Ja. Ich habe auch Schussfeld, sonst noch jemand Schussfeld auf die Patrouille? Negativ, habt ihr Schussfeld auf die anderen zwei am Lagerfeuer? Negativ, der hat sich gerade wegbewegt. Okay, Feuer halten. Wir machen Sandaus, wir ziehen uns ein bisschen in den Wald zurück und ziehen uns weiter hoch. Uwe, gib mir doch die Position nochmal, das zählt, oder gut, dann müssen wir nochmal beantworten. Das bringt nichts, da kriegen wir von allen Seiten halt wieder Karacho. Ich sehe jetzt zwei Mann am Lagerfeuer patrouillieren, einer ist wieder aufgestanden. Und zwei rennen da rum. Ist ein Sniper dabei. So, den Blickfeld behalten. Ist schwierig, da sind so viele Bäume, die sind immer wieder dazwischen. Ich sehe sie auch. Rückzug und wir versuchen uns ein bisschen hier am Waldrand hochzupassen, sodass wir besser von der Seite angreifen können. Ich habe jetzt den Sniper im Blickfeld. Steht gerade. Okay, ihr habt genug Ziele. Seht ihr die, die auch vor der Zelte? Okay. Okay, ihr habt genug Ziele. Seht ihr die, die auch vor der Zelte? Jawohl, hier passiert nämlich gerade die Zelte und läuft Richtung... ...Nadden. Hier. Ja. Also ich habe gutes Schlussfeld. Ich sehe den Officer hier vor uns, Westen. Wir haben aber zwei auf der linken Flanke, da hinter den Bäumen. Die rennen da rum. Okay, seid ihr bereit? Bereit. Bereit. Ja, ich bin bereit. Verhalten ich mal. ...Takt. Geht weiter. Ja, hier ist er Susp定. Mikrofon muted.